So meine Lieben, ein neues Video und zwar steht der Portalkorridor an und die Sterne dazu und was überhaupt so die Botschaften sind jetzt bis Ende des Monats, all das erfährst du hier in diesem Video. Das war's für heute. Ich habe diese Ausbildung gemacht für den Maya-Kalender und laut Maya-Kalender sind die Tore zum Kosmos an den Portaltagen geöffnet. Die bekanntesten magischen Tage davon sind zum Beispiel Vollmond, Neumond. Das ist immer ein Portaltag und vielleicht könnt ihr ja auch bei einem Vollmond oder bei einem Neumond schlecht schlafen, seid ein bisschen unruhiger oder gereizter, spürt ihn auf jeden Fall in irgendeiner Form. So, jedenfalls sind bei den Portaltagen immer kosmische Schwingungen deutlich spürbar und wir sind empfänglicher für Emotionen, für Leidenschaften und unsere Eigenschaften, die ganz tief in unserem Unbewussten verankert sind, kommen mehr und mehr raus. Und noch was, Leute, lasst bitte ein Abo da und einen kleinen Kommentar und wenn es nur ein Mini-Emoji für mich ist, damit dieses Video ein bisschen gestreut wird, ich sag herzlichen Dank und bitte drückt jetzt schön den Daumen hoch, ich freu mich. Zweimal im Jahr gibt es ein sogenanntes Highlight. Das sind immer zwei Portalkorridore, da folgen zehn Portaltage aufeinander. Das ist jetzt, beginnend von heute bis Ende des Monats und dann der nächste im Dezember. Wer bei mir in der Zeremonie drin ist für den Portalkorridor, der erfährt jetzt in den ersten Schritten auf der Seelenebene, dass sich die Seele reinigt. Dass wir jetzt eine Reinigung erstmal erfahren, alte Muster erkennen und loslassen. Dann Schwierigkeiten überwinden, also dass wir mit Herausforderungen, mit denen wir bisher konfrontiert waren, vielleicht auch im Verlauf von diesem Jahr, also die dir schlicht und ergreifend im Alltag begegnen, neue Wege finden und diese Hürden mit einer neuen Kraft und Perspektive angehen. Dann lösen wir Blockaden in diesen zehn Tagen, mentale, emotionale Blockaden, so, damit du in dein volles Potenzial kommst. Thema Liebe und Partnerschaft, ja, Verständnis, Harmonie fördern, Stärken der Liebe, der Liebe zueinander. Familiäre Bindungen, auch deine Wahlfamilie ist damit auch gemeint, ja, und das geht einfach um diesen Familienkontext und positive Veränderungen herbeizuführen. Hausreinigung, Reinigung in deinem Umfeld und in deinem Zuhause für einen klaren Geist. Dann haben wir das Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz, innerer Frieden, die gesunde Beziehung zu dir selber wird gestärkt. Zukunftsvisionen, die du in Träumen hast, die du durch dein drittes Auge siehst, dein Bauchgefühl dir vielleicht, dein siebter Sinn dir etwas sagt, das wird gestärkt. Heilung deines inneren Kindes, um alte Wunden zu heilen und mehr Achtsamkeit ins Leben zu ziehen und dann natürlich Spiritualität zu integrieren. Also das sind die Themen dieses Portal Korridors und die Sterne unterstützen uns ganz gut dabei und deswegen schauen wir mal rein, wie die Gestirne sich jetzt verhalten in dieser Zeit. Und es beginnt ja jetzt erstmal hier mit diesem Aspekt, Merkur in einem Trigon auf den Saturn. Das bedeutet, dass wir sehr gut in der Konzentration drin sind, dass unsere Konzentrationsfähigkeit gestärkt ist. Das baut sich heute auf und hält dann bis zum 23.24. etwa an. Also die kommenden Tage sind wir geistig ganz gut am Puls der Zeit, möchte ich sagen. Sehr wach, sehr, ja, sehr klar auch in den Gedanken. Diese klaren Gedanken unterstützt dann auch der Mars, der ab dem 23. bis zum 27. in einem Sextil auf den Uranus steht. Das ist zum einen natürlich immer eine sehr explosive Mischung, die hier da ist, also das heißt Ketten sprengen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden wir natürlich auch nochmal Nachrichten aus Kriegsgebieten hören und mitbekommen, die nicht ganz so super positiv sein werden. Denn zu Beginn dieser Konzentration steht der Mars nämlich in der Konjunktion auf den Mond und da knallt es also nochmal. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal etwas erfahren, das können auch nochmal Attentate oder ähnliches sein. Und vor allen Dingen läuft dann der Mars in das Mondhaus hinein, das nochmal für Twist, Streit, Zank steht. Alkalb heißt dieses Mondhaus und es ist ein typisches Verschwörungshaus. Das bedeutet, dass wir entweder nochmal mit einer krassen Verschwörungstheorie konfrontiert werden oder sich sogar eine Verschwörungstheorie bestätigen wird. Also das bleibt jetzt abzuwarten, weil das wird richtig, richtig spannend. Denn Mars-Uranus stehen in einem positiven Winkel, da kommen immer Dinge ans Tageslicht, mit denen wir nicht unbedingt rechnen. Und es ist aber so, dass Feinde sich rächen. Die Feindesrache kommt hier plötzlich unerwartet und schnell. Also das kann zum Beispiel nochmal im Nahostkonflikt richtig eskalieren. Auf unserer persönlichen Ebene kommen aber tolle Ideen aus uns heraus. Es ist ein Ideenquelle, es sprudelt sozusagen vor uns hin. Und wir haben eine Entschlossenheit, wir haben eine Schaffenskraft. Oh, da ist so viel dabei, Leute. Also das wird gut, vor allen Dingen mit dem klaren Geist, den uns der Merkur dazu gibt, mit dem Saturn. Weiterhin haben wir dann den Mars, den einem schönen Trigot auf dem Neptun stehen, der unsere Seelenprozesse gut vorantreibt, ihren Zugang zum Spirituellen bekommen. Dann wird es allerdings ein bisschen schwieriger, Leute. Was soll ich denn sagen? Es ist einfach so, ja. Ich kann es euch ja nicht nehmen, ich kann es euch ja nicht verschweigen. Denn hier gerade um den 28. rum setzt dann die Venus das Quadrat mit Saturn fort. Das sind Trennungen, das sind nochmal Probleme im Partner, im Liebesbereich, innerhalb der Partnerschaft. Da ist man auch so kaltschneuzig unterwegs, so ein bisschen kaltherziger insgesamt, also nicht ganz so super emotional. Das kann auch so das Gefühl von, dass man nicht befriedigt ist, kann also auftauchen in diesem Falle, ja. Und aber auch eben nochmal so vitale oder gesundheitliche Störungen können hier nochmal kommen. Das Ganze wird halt noch durch eine miese Kommunikation unterstützt, denn hier gesellt sich dann der Merkur und die Opposition auf den Uranus, was so eine Zersplitterung ist, die Durchkreuzung von Plänen ist, was wir in jedem Falle weltpolitisch nochmal ganz stark merken werden, denn wir wissen, es geht dann auf die magischen Nächte zu, 31.1.2. Also da wird es nochmal richtig, richtig, richtig heftig sein. Also hier gibt es auf jeden Fall nochmal eine Zersplitterung auch auf der politischen Ebene, die richtig krass sein wird. Merkur, Neptun dann nochmal in einem guten Winkel, was die Kommunikation wieder etwas mehr ins Friedliche reinlenkt, aber diese Konstellation wird uns einen ganz klaren Punkt geben, nämlich wir werden Ereignisse im Vorfeld spüren und das ist ein Kollektivaspekt, der da sein wird in Verbindung mit dem Portal Korridor und deshalb ist dieser 31.10. ein ganz wichtiger Tag, wo wir das wirklich extrem merken und spüren werden. Das Beschissene daran ist, ich muss es einfach so sagen, ist, dass Merkur auf 27 Grad Skorpion steht und das ist der Querulantengrad und da gibt es einfach viel zum Motzer, kommt alles Negative von Merkur, kommt damit raus und das mit Uranus, mit Neptun dabei, also Wahnsinn, da wird einfach einiges passieren, wir werden viel spüren, und das einfach hier nochmal eine geballte Ladung Scheiße auf uns zuläuft. Sorry, ich muss es so sagen. Das ist Streit, das ist Stress, das sind Unvereinbarkeiten, das sind Trennungsgespräche, das sind so hochgesteckte Ziele, das sind ganz stark wechselnde Stimmungen, also auch bei Zeichen, die sonst sehr in der Balance sind, wie zum Beispiel Stiere. Und für Paare, wo vielleicht gerade ein Kind unterwegs ist, kommt es da ganz oft mit dieser Konstellation in diesem Zeitraum zu Trennungen. Auf einem relativ ähnlichen Grad befinden sich dann auch der Mars und der Pluto, die in die Opposition gehen, nämlich auf diesen 29 Grad Steinbock, 29 Grad Krebs, der sehr ähnlich diesem Skorpiongrad ist, also fast das Gleiche, also nochmal Streit, Stress, Eskalation, Anschläge, Feuergeschichten, Bomben, Drohnen, Vulkanausbrüche, also all das kann hier jetzt nochmal eruptiv auch etwas passieren, also im Eruptivgestein, also Erdbeben ist hier also auch nochmal vom 29. bis zum 4.11. krass möglich. Und soweit möchten wir jetzt eigentlich mal schauen. Ihr wisst, November mache ich dann eh nochmal was Intensiveres, auch nochmal zum Thema Halloween und also sprich schrägstrich Samhain. Aber erstmal, das solltet ihr jetzt einfach unbedingt wissen für diese kommende Zeit. und ich freue mich auf die Zeremonien mit euch, auf diese 10 geilen Zeremonien zu dem ersten Portalkorridor und dann das Highlight nochmal im Dezember, gibt es nochmal 10 Tage. Also es bleibt energetisch noch dieses Jahr, bleibt ihr energetisch positiv gestimmt und energiereich glücklich. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.